Die kleinen Engelchen, so süße Wäldchen. Drei Mädchen. Hier ist der Junge. Das ist der Junge, dieser Kleine, der Einzige und das ist ein Mädchen, ein dunkles, kleines Mädchen. Wenn es nicht da oben, trink mal da oben mal ein Tätzele. Komm mal her, trink mal da oben. Hast du doch jetzt. Das ist ganz toll. Ganz toll, macht ihr das alle. Und ein Bluten-Tricolor. Ein ganz interessantes Hundi. Ein ganz besonderer Schatz. Ja, die sind alle so süß, die kleinen Mäuse. So süß. Ein Blau. Ein Blauten-Tricolor. Und dann mit der schönen weißen Brust. Ich kenn die. Deine vier letzten Kinderchen in deinem Leben. Ein Engelchen. Und dann bist du eine Rentnerin. So eine so schöne, tolle Dame. Von acht Jahren. Ab Juni. Candy. Candy ist müde. Candy ist müde. Das ist aber ein Mädchen. Ein süßes Mädchen. Ein süßes Mädchen. So eine kleine. Guckst du. Sie sind drei Tage alt heute. Noch nicht alle. Aber fast drei Tage alt. Wie gut. Bald ist es endlich. Untertitelung im Auftrag des WDRそうだ Fertig.